Hallöchen, ich wäre immer wieder gefragt, sag mal Jule, wie machst du das eigentlich, dass du arbeitest, fährst, laufen, immer so viel powern? Ja, es gibt auch Tage, da bin ich müde, ziemlich müde, aber ich tue was dafür und nicht wenig. Also ich nehme grundsätzlich jeden Früh meine Nahrungsergänzung. Ich nehme den BEMA zweimal am Tag, ich nehme die Öle, die den ganzen Tag laufen, die ich auch am Körper habe, die mir Energie geben. Ich mache Sport, damit ich fit bin, damit mein Körper funktioniert. Ich arbeite am Mindset, ich arbeite an meiner Persönlichkeitsentwicklung. Nahrung, das ist nicht einfach so, dass das vom Himmel fällt, sondern ich tue was dafür und fangt an mit Grundlagen, wenigstens Nahrung, 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 dass ihr die richtige nehmt, dass ihr euch die Kraftstoffe zuführt, die euer Körper auch braucht. Mein Tipp heute.